Eine Karte aus grauer Vorzeit, eng verwoben mit dem Schicksal des jungen Wax Stovey. Jede Linie, mit Blut gezeichnet, wird zur Wirklichkeit. Doch im erwachten Land sind ein alter Feind auf Rache. Es beginnt eine Reise voller Gefahren, bei der weit mehr als ein Leben auf dem Spiel steht. Der neue Roman von Spiegel-Bestseller-Autor Royce Buckingham. Die Karte der Welt.